Euch ist schon klar, dass ich das Ding hier gewinne, oder? Hätte ich jetzt auch Lust auf, aber wir haben glaube ich keine Kartoffel-Taschen mehr. Ach komm! Das kann doch nicht sein, also das geht hier überhaupt nicht klar. Mach die Augen auf! Ja, mach die Augen auf! Mach die Augen auf! Okay, dann zeig ich euch mal wie der Hase läuft. Okay Leute, seid ihr bereit? Ja, ich schaff das! Ja, ich schaff das! Tatütata! Krankenwagen ist da! Oder Feuerwehrwagen ist da! Wunderschön! Wunderschön! Okay, das hätten wir diesmal irgendwie hingekriegt. Genau das meine ich. Das ist scheiße, wenn das passiert. Ich weiß gar nicht, ob ich die hier damals gekillt hab, die Sachen. Oder ob ich einfach nur so gefahren bin. Aber das ist doch voll unfair! Nur weil der Dennis so langsam war. Verdammt! Ich verliere immer! Jetzt muss ich das deswegen nochmal machen. Naja. Das ist doch scheiße! Das ist scheiße, wenn man wegen... Ja genau! Fahr mal rückwärts! Das ist scheiße, wenn man wegen dem CPU... äh... ...verliert. Jetzt spring ich auch mal so. So... Diesmal kriegen wir da dabei hin. Eieieiei! Hui! Immer diese Treppengeländer So, jetzt ist Gold schon wieder vorne, weil Dennis nicht hinterherkommt. Was soll ich denn da machen? Das ist doch, jetzt habe ich das schon zweimal geschafft, ne? Und Dennis verkackt halt und deswegen gewinnen wir nicht. Wie sieht's aus? Bereits zu verlieren? Das ist irgendwie dumm. Oder liegt das darin, dass ich mich aufs Maul gelegt habe? Ich meine, beim ersten Mal hätte ich mich auch aufs Maul gelegt. Jetzt zieh ich mal ein bisschen. Ich könnte springen. Ja. Nee, ist klar. Ist klar. Jetzt häng ich hier schon wieder an so einer Kinderkacke. Und jetzt ist schon klar, dass wir das Ding hier gewinnen, oder? Hm, ist klar. Neap. Ja. Uiuiuiui. Ja. Mein Gott. Was soll ich denn da machen? Ja. 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 Was ist das jetzt? Der Schuh ist durch. Hat es jetzt daran gelegen, dass ich mich diesmal nicht aufs Maul gelegt habe? Ich weiß es nicht. Macht nichts. Okay. Ja. Dann würde ich sagen, warten wir, bis sie das gespeichert hat. Und dann gehen wir... Ich möchte eigentlich nochmal da oben hin. Ich komme hier noch nicht so ganz mit der Steuerung klar. Da. Knochenbrücke. Stürzt zwischen die Säulen. Machen wir mal. Mal gucken, wie das wird. Achso. Ich denke, wir müssen einfach zwischen die Säulen springen. Oder? Ich weiß es nicht. Hm Hä? Ach so. Das sind... Ah. Das wird zusammengerechnet, das ist gar nicht alles einer. Okay, jetzt sind wir ja jetzt schon fast so weit. So, jetzt soll das eigentlich... nee, 2000 fehlen noch. So, normalerweise sollte der gekillt werden. Der hat nur gerockt. Das finde ich jetzt aber blöd. Das muss ich ja wieder speichern. So, Challengekarte abgeschlossen. Hall of Meat. Sturz zwischen die Säulen. Killen. Vielleicht wird das ja jetzt noch angezeigt, wo man da hin muss. Ach, man muss ja zwischen alle, okay. Okay. Oh. Muss einem das aber auch mal gesagt werden. Jetzt möchte ich gerne, dass das hier mal ein bisschen schneller vonstatten geht. Hallo? Gib mal Gas. Was ist da los? Müssen wir eigentlich... Ach, 200.000. sind. Ach so. So ist das jetzt. Komm, gib Gas. Gib Gas. Das wird aber knapp. Fällt das? Zählt das? Ich bin da durch. Das hat nicht gedunk gemacht. Ja. Hat's wohl. Komm. Das letzte kriegen wir mit dem... Mit dem letzten Ding hier. Wo waren wir denn? 25. Hammer. Gut. Sollten wir jetzt eigentlich haben. Ja. Schön. Dann wäre das auch abgehakt. Wie gesagt, falls euch was auffallen sollte, wo ich Sachen nicht gekillt habe, die man aber killen kann, dann bitte ich euch mir das zu sagen. Dann werde ich das nämlich nachholen. Okay. Ähm. Gehen wir mal... Fahren wir mal hier lang. Ich möchte eigentlich oben zu dem... ...bezumpel hin. ...spot gefunden. Sieh mal eine an. Ähm. Wo die... ...Planeten-Dinger, glaube ich, waren. Ich meine, das wäre nur gewesen. Wie wollen wir denn? 700. 700. Er ist schon mal gerockt. Es war eigentlich nicht absichtlich, dass ich da so komisch drauf gesprungen bin. Ich möchte gerne nochmal machen. Bitte. Ich habe ja gesagt, ich will alles killen. 1000. Okay. Nie so dolle. Na, fast. Na, das war blöd von mir. Ich glaube, ich fahre mal ein bisschen näher ran. So. Und ich nicht ganz so viel Speed habe. Oh Mann, der wäre so schön gewesen. Der hat mich irritiert. Deswegen ist das 6 geworden. Was ist denn da los? Und jetzt ist das 8. Genau. Glatt. Schön. Okay, das war ein Bug. Oder ein Glitch eher. Das war ein Glitch. Schön. Sah nicht schön aus, aber wir haben es gesehen. geschafft. Naja. Okay, dann. Jedes Weintier nach oben. Aber nicht hier durch, sondern über die Straße.